Ich will deinen Namen preisen für deine Güte und Treue, denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus Psalm 138, Vers 2. Du hast dein Wort herrlich gemacht, sagt der Psalmbeter zu Gott. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott selbst redet, dass sie nicht nur Gedanken enthält, die sich Menschen über Gott gemacht haben oder Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben oder Berichte über das, was Menschen getan haben, die an Gott geglaubt haben oder auch nicht an ihn geglaubt haben. All das ist natürlich damit drin. Aber im Tiefsten offenbart Gott sich selbst. Er offenbart seinen Namen. Das ist das andere Stichwort, um das es hier geht. Und der Name ist nicht einfach nur eine beliebige Bezeichnung, sondern die Identität, das Wesen Gottes. Was ist dein Name? Was soll ich den Israeliten sagen? Wer mich sendet, fragt Mose am brennenden Dornbusch. Der Name bezeichnet, wer Gott tatsächlich ist. Und der Name wird gepriesen in diesem Psalm, weil Gott gut und treu ist. Und dann heißt es, du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Das heißt, im Wort finden wir Verheißung Gottes, Versprechen von dem, was er tun wird, wie er uns begegnen will. Er ist ein Gott, der vergibt. Er ist ein Gott, der uns hält. Er ist ein Gott, der uns trägt. Er ist ein Gott, der nicht zornig bleibt. Er ist ein Gott, der uns zur Buße ruft und es dann auch wieder aufnimmt. Und all das spiegelt sein Wesen wieder. Und dieses Wort ist herrlich, nicht weil es so schön poetisch ist oder literarisch so wertvoll, was es ist, sondern weil es von diesem herrlichen Gott spricht, weil es ihn beschreibt, weil es seine Zusagen an uns enthält. Der ewige Gott, der das Universum in seiner Hand hält, der eigentlich total frei ist, bindet sich an seine Zusagen. Dann wird nicht morgen sagen, ach nee, ist mir doch egal, was willst du, du kannst mich ja nicht verklagen. Sondern er ist treu zu seinem Wort, weil er selber eben treu in Person ist, weil er zuverlässig ist, weil kein Falsch in ihm ist. Und deshalb, wir erfahren über ihn, über seine Großartigkeit in seinem Wort. Und sein Wort ist so großartig, weil es dieser Gott ist, der dahinter steht. Und ihn können wir kennenlernen durch das Wort und durch die Begegnung mit ihm aufgrund des Wortes. Und auf ihn können wir vertrauen. Und dann vertrauen wir auch auf das, was er uns in seinem Wort sagt. Er ist ein Gott voller Güte, voller Treue. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Und sein Wort zeigt uns ihn, sodass wir ihn immer besser kennenlernen. Herr, ich danke dir, dass du uns einlädst in diese Gemeinschaft. In diese persönliche Gemeinschaft mit dir. Wir danken dir für dein Wort, dass wir erfahren, wer du bist. Dass wir eine feste Grundlage haben für den Weg mit dir. Und dass wir deine Zusagen haben, die uns durchtragen, ob wir es gerade fühlen oder nicht. Danke, dass du der lebendige Gott bist. Und danke, dass du treu bist. Amen.